Unfassbare Szenen aus Indien. Dieser Autofahrer lässt einen eiligen Krankentransport einfach nicht vorbei. Der Mann macht nicht nur keinen Platz, mehrfach behindert er den Krankenwagen, bremst ihn sogar aus. Fast kommt es zu einem Unfall. Die Sanitäter haben das Auto längst der Polizei gemeldet. Anhand des Nummernschildes wird ein 31-Jähriger identifiziert, der in der Unterhaltungsindustrie arbeitet. Als die Polizei ihn später festnimmt, sagt er, dass er der Fahrer war. Warum er den Krankenwagen behindert hat, bisher unklar. Untersuchungen, ob der Mann Alkohol oder Drogen konsumiert hat, laufen. Fest steht, für dieses lebensgefährdende Verhalten wird der Inder angeklagt. Wegen gefährlichen Fahrens und dem Behindern einer Ambulanz. Wir sind BILD und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.